Die unlösbare Frage. Die unlösbare Frage der Sphinx. Demjenigen, der sie enträtselt, die unlösbare Frage der Sphinx. Deswegen sage er es. Es spricht mich demjenigen, der sie enträtselt, die unlösbare Frage der Sphinx. Gerechtigkeit, Ideokriss, Fairness, Zuhören, Gegenseitigkeit. Ist das nicht die Basis menschlicher Freundschaft und dauerhafter menschlicher Bündnisse? Sollte nicht jeder von uns die eigenen Wünsche gegen die der anderen abwägen? Nicht mein Sohn! Und was hättest du von meinen Haaren, Mami? Will ich das damit machen? Ach, mach ich doch! Gib mir alles, doch! Du hörst mir so ein bisschen... Deine Schwester ist tot, Cleone. Sie hat sich selbst gedrückt. Tut mir leid. Was habe ich getan? Was will ein Sphinx? Wen fliegt ein Sphinx wann? Was sieht ein blinder Mann, wenn er durch den Mineralring ihrer Iris schaut? Welcher Film läuft ohne Unterlass? Im menschenleeren Kino meines Geistes. Was ist ein blinder Mann, wenn er durch den Mineralring ihrer Iris schaut? Was ist ein blinder Mann, wenn er sichugar? Was ist ein blinder Mann, wenn er wieder neu? Was ist ein blinder Mann, wenn er berhoget? Was ist ein blinder Mann, wenn er sich gerne ans arist denken?